meine damen ich sage heute wirklich meine damen und herren natürlich wir sind zurück und jetzt wenn er die gitarre hat er noch da und ich bin wirklich ein fan von ihm nicht ein großer ich bin ein richtiger fan der durchbruch war hey boss ich brauche mehr geld ne kannst du das mal das muss ich mir vorstellen da war er frank zander war mein gitarrist der war in meiner band wir haben zusammen im studio gearbeitet ich habe damals auch für franken geschrieben das lied ich trinke auf dein wohnen die zeit war so schön damals und und da hat ja auch bei boss ich brauche mehr geld das war ein song der fing ja mit einer lüge an ja muss sie denn oft sind ja sie ich sogar sehr gerne das ist ja nie aktueller gewesen als heute mein name ist bruno wolf und seit 15 jahren hier und habe meine arbeit getan frank immer mit der gitarre da drunter hey boss ich brauche mehr geld jeden morgen fahr ich mit dem fahrrad im betrieb und ich schaffe mich und tue meine pflege und wer da glaubt dass ich guck mal der rhythmus bei mir da gibt es solche sachen nicht ich bin doch einer der die firma stützt und da brauchst du gar kein rhythmus mehr wenn ich auch krank macht oder so der sich mal richtig hey 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 boss höre ich das auch höre ich das auch im theater wird ja ja unbedingt ja wie das entstanden ist es ist ja der der rhythmus war damals von der kreans clearwater looking for a job es genau dieser blues ne ich sage und dieses wort boss gab es damals noch gar nicht das war ein englisches Wort. Heute ist es geläufig, Boss, zu sagen, hey Boss, ich brauche mehr Geld. Richtig. Heute muss man einfach sagen, hey Boss, du brauchst mehr Geld. Es kam mal so Geschichten, wo man sagte, du warst pleite. Warst du pleite? Ja, also zumindest finanziell, aber im Kopf nicht. Ja gut, ich habe natürlich einfach kein Hähnchen für Geld und ich habe das ja nicht versoffen oder vor Jugend oder so, sondern es waren Steuermodelle. Es ist ein Steuermodell, aber es ist auch egal. Aber stimmt es, du hast mal in der Talkshow gesagt, man kann mich buchen für 1.000 Euro? Ja, das war das Größte. Ich wollte ja nur mal zeigen, so kann man aus einer Zeit rauskommen. Heute hattest du viel Buchung? Am ersten Wochenende waren ich 500 Anrufe, 2.000, an einem ersten Wochenende 2.000. Ist das nicht schade? Heute verdient er ganz viel Geld. Was bedeutet dir Geld? Nur, dass ich für Sprit brauche und mein Hotel bezahlen kann. Also das Geld hat für mich keine Statusbedeutung, wie ja heute viele Leute sich nur danach orientieren, was jemand in der Tasche hat. Dass ich solche Songs habe, dass ich diesen Erfolg mit Johnny Cash habe, dass ich Johnny Cash als Freund hatte, das bedeutet mir was. Das bedeutet mir was. Und diese Wohnzimmertour, die sogenannten Wohnzimmertour, die mache ich ja trotzdem immer noch. Machst du noch? Ja, die Leute sind einfach großartig, die da kennen. Du kommst ja nie an so viele verdammte Leute ran. Und ich habe mich auch jetzt entschlossen, die sogenannte Wohnzimmertour zu ändern in eine Schlafzimmertour. Weil viele Frauen sagen, darf ich dir noch kurz ein Schlafzimmertour? Ich will jetzt auch die Wohnzimmertour, zu meinem Geburtstag mache ich das. Was ich irre finde, beim Recherchieren, du warst vorbestraft, wegen was Führerschein? 22 Mal. Ich bin 22 Mal vorbestraft. Ich werde ja vorbestraft. Aber ich habe nie an der alten Frau eine Tasche weg. Ich habe immer nur den Mittelfinger dabei. Ich habe auch irgendwie... Sprunggelenk. Ja, weil dieser Zeigefinger will manchmal einfach nicht dazukommen. Und dann, ja, ich habe natürlich Vorurteile gegen diese ganzen Behördenkram und da bin ich ganz schnell dabei. Ich kann mir doch wegen irgendwelcher schlechten Behandlungsweisen von Polizisten nicht mahndisch rüberzulegen. Aber ich meine, wenn man zu jemandem so machen würde und der alleine ist, könnte man sagen, das stimmt nicht? Könnte man sowas sagen? Könnte ja auch. So bin ich nicht gestorben. Nein, ich stehe dazu. Ich stehe zu allem. Ich kann mich aber auch sehr schnell entschuldigen. Musstest du bezahlen dein Geld? Ja, viel. Viel Geld. Ja, aber das ist... Verstehst du... Ich bin trotzdem ehrlich... Würdest du heute ruhiger sein oder machst du immer noch sprunggelenkhaft so? Immer. Das bleibt. Das bleibt forever. Und deshalb werden sie auch den Sargdeckel nicht so schnell zukriegen, wenn es mal so weit ist. Vor allem der Finger... Also, ich muss dir ein Kompliment machen. Ich liebe meine Gäste, aber du bist ja der Überflieger. Sag mal, ist auch schön, wenn du so ein Kompliment von einem Mann kriegst, ne? Ich würde dich küssen, aber du lässt es ja nicht zu. Nein, ich hasse küssen. Ach ja? Ja. Ja. Du lebst immer noch in Hamburg. Ich höre, du kommst nach Berlin. Ja. Ziehst du auf ein Hausboot? Ja. Ist das Freiheit für dich? Bitte? Ist das Freiheit im Boot oder ist das... Das ist Natur, ja. Das ist Natur. Die meisten Leute wissen ja gar nicht, was Hausboot bedeutet. Ich habe ja 400 Quadratmeter Wohnfläche. Da ist mein Büro mit drin, mein Archiv, das Büro für meine Sekretärin. Und ich bin immer in der Natur. Ich habe morgens die Enten zu Gast. Der hat Kormoran und Möwen, ja. Das ist doch großartig. Hast du den Platz schon gefunden in Berlin? Ich habe mehrere Angebote. Ja? Ich will nicht sagen, dass die Leute sich da umreißen. Ja, ja, nee. Aber die Leute, die auf dem Wasser leben, sind spezielle Leute. Mit denen kann man Tachles reden. Das sind nicht irgendwelche Spießer. Wer auf dem Wasser lebt, ist anders als der, der in Charlottenburg auf der Fassaden streichen wohnt. Glaubig. Glaubig. Und das ist doch großartig, ne? Und ich freue mich auch wirklich. Ich fühle mich auch nach wie vor als Berliner, ja. Sag mal, du bist letztes Jahr 70 geworden, ne? War das ein Problem? Also ich werde auch jetzt bald 70. Also ich habe schon, ich finde 70 klingt für mich merkwürdig, aber viele sagen, sei glücklich, manche werden nicht 70. Ist das bei dir auch so genau? Ja, 80 klingt noch besser, ne? Ja. Weil 80 ist wieder nur eine Söhne. Ja, ja. Hättest du denn in deinem Leben viel anders gemacht, oder ist alles so? Ich hätte sehr viel anders gemacht. Ja, natürlich, Mensch. Aber das ist ja auch so. Wir sind in unserem Alter, in dem wir jetzt sind, ja im Grunde viel schlauer als damals. Wir sehen ja heute Dinge, wir sehen ja heute Dinge viel gelassener. Von oben, von Mount Everest gucken wir in das Tal, von Sodom und Gomorra. Natürlich, wir sind praktisch perfekt. Und das ist die Scheiße des Schicksals, dass wir genau dann abkratzen. Also ich bin erstaunt, ich habe wirklich viel gelernt. Du bist da auch noch unglaublich. in den Sätzen, die du sagst, das finde ich gut. Kannst du mir zum Abspielen noch was spielen? Ja, was möchtest du hören? Dein Lied? Ich singe jetzt mal ein Lied, was mir sehr viel bedeutet, gerade in Bezug auf Berlin. Warte, meine Damen und Herren, Premiere, wir sagen Ihnen Bescheid, wir blenden Zeit. Dieses Lied habe ich 1982, glaube ich, geschrieben. Ich fuhr Taxi in Saarbrücken und war in Heidelberg beim Bau. In Wilhelmshaven, da war ich Talimann und in München Blumenfrau. Ich schlug Holz im Teuteburger Wald und war pleite mal in Wien. Doch richtig glücklich und geborgen, das bin ich nur hier in Berlin. Denn ich bin ein Berliner und darauf bin ich stolz. Denn grad wir Berliner, wir sind aus ganz besonderem Holz. Wir wissen, was wir wollen und bei uns raucht der Kamin. Ich bin ein Berliner und ich liebe mein Berlin. Ich sage, ich bin ein Berliner. Stell mal vor, ich würde in Paris leben. Ich würde dich besuchen. Ich würde dich im Olympus suchen. Gunter, das war herrlich, dass du da warst. Also, ich sage das nicht aus Langeweile. Das war so eine Freude und eine Ehre für mich. Das sage ich selten. Es war eine Ehre. Und ich hoffe, dass ich bald wieder zum Haare schneiden kann. Ja, aber du hast ja Maskenbilder. Meine Damen und Herren, denken Sie dran, wir machen noch ein Zeichnen, wann die Premiere ist. Bitte, bitte gehen Sie hin. Ich war bei Johnny Cash und ich bin selten sprachlos. Da war ich sprachlos. Ich weiß auch sprachlos, was ich heute gelernt habe von Herrn Gabriel. Es war eine große Freude. Ich auch ein Berliner. Und darauf bin ich stolz. Mit Udo Jürgens. Udo Jürgens hat gesagt, oh, das war ein Fehler. Schnitt. Mit Udo Weiß sind sie immer gut frisiert.